Musik 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 Den bitte kostenlos. Du, hat nicht geklappt mit dem Wagen. Was? Mensch, mach weiter. Meine Herrschaft, das ist der Gurkenhobel. Seien Sie doch mal. Dankeschön. Seien Sie doch mal. Was haben Sie zu Hause? So ein verrolltes Ding von Großmutter. Und hier, die schieben die Gurke ein und es schnitzelt von allein. Vielleicht wird doch mal zurück. Da kommt mal die Mutti, den Mutti, bitte schön, hier. Bitte schön. Sagen Sie, haben Sie so etwas zu Hause? Nein, was es kostet, was es kostet, das ist doch nicht entscheidend, was es wert ist. Man fragt das wertes Dinges an und ich sage, dieses Produkt wird die Woche einschieben. So, ihr Schnitzel, es ist ein Unterprodukt der Raumfahrttechnik. Konsul 1 für Konsul 4, kommen. Konsul 1, bitte kommen. Observierte Person hat soeben die Handtasche an sich genommen, wie an einen jungen Mann weitergereicht. Kommen. Verstanden, Ende. Na bitte. Da kann es ja nicht mehr lange dauern, hm? Musik 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 Na, ihr Dilettant? Eurer Stelle würde ich es lassen. Na los, steigt rein. Da hinten kommt einer, der sieht brauchbar aus. Du, sag mal, bist du Pionier? Ja, ich bin ein Freundschaftsrat. Aha, ich brauche deine Hilfe, ich habe einen Gehfehler, weißt du? Ich wohne hier in der 7 im zweiten Stock. Könntest du mir was holen? Ich gebe dir die Schlüssel, mir fällt es nämlich schwer. Klar, mache ich. Also, wenn du reinkommst, ist recht das Wohnzimmer und das Schlafzimmer. Links ist die Küche und das Bad. Da guckst du überall rein, ja? Ich brauche eine braune Einkaufstasche. Genau, wissen Sie nicht, wo das steht? Nein, also Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Bad. Hast du verstanden?